Wir von dieser Hilfsstiftung mit Projektteam Barocco sind aktuell in Fers und haben hier zu sehen Lebensmittelpakete eingekauft. Diese werden wir dann in diesem LKW verladen. Ich zeige es euch nochmal. Wir haben neben den Hilfspaketen, also Lebensmitteln, auch noch Decken eingekauft, die wir in der Nähe von Sifru verteilen werden an die Hilfsbedürftigen. Wie ihr hier seht, ist eine ganze Ladung auch an Decken mit dazugekommen, die wir entsprechend verteilen werden. Hallo liebe Spender, wie ihr merkt, es ist mir ein bisschen außer Puste. Wir haben jetzt den LKW nun voll beladen und ja, morgen geht es dann los in Richtung Sifru. Da wird es dann entsprechend an die Hilfsbedürftigen verteilt. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden, also ich hoffe es morgen. Danke sehr. Danke. Danke.